Määääh. Oh, come on. Warum? Jetzt zeigt er auch nichts an. Hat mir jetzt irgendwas gefehlt? Komponents, Metallscraps, Wundenplanks, Hydro, alles. Warum? Warum? Oh, das nervt, ne? Interact. E. Craft. Ich raffe es nicht, ne? Ich habe da nun schon 20 Mal auf Default hier gemacht. Er macht nichts. Er macht einfach nichts, ne? Oh, ist das AdSense. Das ist richtig schlecht. Das ist schon blöd, wenn ich nichts bauen kann, ne? Das ist nicht gut. So, den hat er eh nicht gebraucht, ja? Ne, wo hatte ich den denn drin, ja? Ja. Scheißendreck. Ja, ich hatte doch. Settings, Default. Yes. Ah, jetzt. Ah. Okay. Yes. Oh, Gott. Gott schenkt mir Hirn. So, jetzt. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe, weil wird jetzt Dusa. Wird schon gut gehen, oder? Wir ziehen durch. Oh, ich sehe nichts. Wo waren jetzt meine Taschenlampe? Ich muss jetzt hier mal nochmal schauen, wo waren hier die Taschenlampe? Äh, Flashlight. L. Ja. Tschüss. Mach auf, ja? Okay. Mach mal aus. Dann würde ich sagen, schlafen wir eine Runde. Wie lange? Oh, dass das schon so früh Dusa würden, ne? Das hat mich damals schon genervt. Äh. Entschuldigung. Von 19 Uhr sind 5... 11 Stunden ungefähr. Ei, ei, ei. Da müssen wir auf jeden Fall... Ich hoffe... Trinken. Trinken könnte schlecht werden. Trinken könnte schlecht werden. Äh, wo hatte ich denn hier... Trinken ist nicht so gut. Ja, der hier wird... Äh... Hier, das gab doch ein bisschen Flüssigkeit, ne? Lass dir schmecken, Alter. Lass dir schmecken. Äh... La, 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 la. Haben wir noch irgendwas? Tomatensoße? Gibt bestimmt auch ein bisschen Flüssigkeit. Bestimmt. Na, ein bisschen. Ein bisschen. Okay. So. 6 Uhr. Zombies gehen nach Hause. Nach dem Feierabend. Können wir hier gleich mal scheuen, was es hier so Neues gibt. Sticks brauchen wir, wir brauchen Sticks. Ich muss Stöckchen suchen. Davon haben wir... Einmal, das brauchen wir auf jeden Fall. Das brauche mal. Unbedingt. Wir lassen erst mal den einen hier. Nein. Ah, hier siehst du, hier gibt's den. Hier gibt's den. Controller. Okay. So, also wir müssen auf jeden Fall Sticks suchen gehen. Das wäre... Highly Need. Essen, trinken. Boah, die Musik schon wieder. Die macht mich ja wahnsinnig, ne? Äh, pack den Schnoddel erstmal hier rein. Den Eimer können wir gleich verbauen. Das brauchen wir zum Zünden später. Ähm, Säge... Lass ich... Äh, wir lassen die Säge mal erstmal drin. Vielleicht schlagen wir noch ein Bäumchen. Dum 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 dum. So, Sticks. Also Sticks ist hier Mangelware irgendwie. Oh. Oh. Brennt hier einer? Oder war das noch der alte? Sticks habe ich echt noch nicht so viele gesehen hier. Obwohl wir hier im Wald sind, ne? Ein paar Egelbären. Also hier hat er irgendwie Schwierigkeiten, ne? Der muss hier laden wie ein Bekloppter. Bei der Ranger Station. Ein Branch. Branch. Komm, wir sind im Wald. Mit einem Messer, da haben wir ja nur Rinde gekriegt, ne? Da waren nur Rinde an den Bäumen. Das ist noch ein Hardstick. Ich hätte aber gerne Sticks und Steine brauchen wir, glaube ich, auch. Hallo. Ey, wir sind hier mitten im Wald, ne? Aber es gibt keine Stöcke. Was hier? Habe ich hier schon geschaut? Ich glaube ja. Wrench. Ja, so muss das auch sehen. Schwupps. Und wir müssen unbedingt eine Wasserquelle finden, ne? Was hier? Ach, eine Feder. Eine Wasserquelle wäre echt geil, ne? Da habe ich noch gar nichts gesehen. Aber das Blöde ist ja halt auch wirklich, dass die Map hier noch nicht funktioniert. Da hast du überhaupt keine Möglichkeit der Orientierung. So, da ist nur noch eine Hütte. Oh, da. Ach, da waren wir doch. Waren da nicht die Banditen oder so? Was haben wir hier? Ja, Pencil bringt mir gar nichts. Könnt ihr mal gerne benutzen. Zeigt mir doch mal bitte, wo ich bin. Ja, Mensch, toll. Und so. Nice. Hier ist nichts. Ein bisschen Moni. Davon haben wir noch. Moni. Wrench. Na gut, mit dem will ich mich hier erstmal noch nicht anlegen. Erstmal. Was ist das hier für einen Strich? Keiner weiß es. Fandler. 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 Ranch. Ist auch gemein, hier liegen immer so Stöcker rum. Denkst du mal, das ist einer? Dabei ist das gar keiner. Ah. Hier ist wieder die Ruckelstation. Boah. Warum? Feuerholz. Wo ein Wort? Nee. Zeig schon wieder kein... Ach hier, Pencil. Weg damit. Wo ist denn das hingeflogen? Hier. Ist denn da so eine Propanflasche? Komm ich hier hoch? Nö. Sieht nicht so aus. Brunch. Wie viel habe ich damit noch weiter? Fünf. Das ist nicht tolle. Brunch. Stein. Feder. Nein. Gibt es hier so einen Kleiner hier nicht? Kamen die nicht Sträucher? Äh, Branches? Oder auch gar nichts? War das nicht so? Bei den kleinen Sachen? Nee. Verwechsel ich bestimmte Zons auf der Forest? Hast du auch schon ewig nicht mehr gespielt, ne? Hartzdyk. Ich will keine Hartsticks. Die immer noch geformt sind wie ein Penis. Ich hätte gerne... Branches. Dieser Strich hier. Flasche. Nö. Waren wir da hinten schon? Ach, hier war doch der Olle Bär, ne? Lief der hier nicht rum? Ja. Hier waren wir auch schon. Dumm, 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 dumm. Was ist da hinten los? Aber ich finde die Map so vom Ambiente her deutlich cooler als die alte, ne? Definitiv. Ohne Hütte. Ich gehe hier auch einfach so rein, ne? Ohne... Was ist das? Carrie? Was ist denn das? Was habe ich denn da? Was war das? Ach. Ein Garderomenständer? Kann man bestimmt auf Zombies schmeißen. Bums. Eigentlich wollte ich nur Branches sammeln, ne? Eigentlich. Und Steinchen. Handschuhe haben wir, glaube ich. Schere mache ich noch nicht. Racks. Ich habe kein Space. Ah, komm. Nur das Feuerholz. Ich kann mit Tischen schmeißen. Jo. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Nope. Ich muss jetzt auch aufpassen. Das ist neuer Tag. Der Nebel des Grauens kann wiederkommen. Ist das hier im Pot? Pick-up. Achso. Brauchen wir so einen? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Bin mir... Bin mir nicht sicher. Äh... Ich weiß auch nicht, ob ich wieder nach Hause finde. Kein Schimmer. Ich laufe einfach mal. Ich fühle mich überall zu Hause. Der Wald ist meine Heimat. Ähm... Es sieht hier so nach nichts aus. Was ist denn das für ein Zeichen? Aber... Das... Wo ist es? Das da? Was ist das? Was ist das für ein Zeichen? Bin mir unsicher. Ah, da ist die Hotairn da, ne? Können wir eigentlich auch mal rein und schauen. An der Tankstelle da waren Zombies, wenn ich mich nicht täusche. Mein Gott, was ist das für ein Toa, ey? Bin ich ein Kind? Die Türklinke ist ja auf Kopfhöhe. Ich glaube, wir sind ein Kind. Oh, schönes Wasser hier. Kann man den Flamingo mitnehmen? Bitte. Der ist auch Stein. Der Flamingo ist auch Stein.